Oh, bin ich denn hier gelandet? Ich darf nicht vorstellen, ich bin Bravo, der Opernwaschbär. Eieieiei, bestimmt wisst ihr kleinen Scheiß ja gar nicht, was eine Oper ist. Ich nehme euch mit auf eine Abenteuerreise in die Welt des Theaters, in die Welt der Oper. Wir betreten einen großen Platz. Vor uns steht das Theater. Ein großes Gebäude mit schweren Türen und einem kühlen Innenraum. Komm, kommt, folgt mir. Nein, 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 nicht aufstehen, Mama Mia. Wir laufen diese Treppen hoch. Schnell, kommt. Wieder schwere Türen und von dritten höre ich was. Psst.